es ist aber wirklich sicher darüber gelaufen ist darüber bin ich auf jeden fall gelaufen koordinaten weil ich bei den 200 koordinaten und wir entfernen uns gerade von der 200 da hinten der weiterkommt ist so gar nicht bekannt vor ja hier ist auch eine hülle die wir noch nicht gekoht alter scheiße warte mal wir sind hier lang gelaufen müssen in die richtung da geht er wieder zu 200 weißt du was wir machen hast du irgendwie stuff zum bauen weiter ist jetzt die andere kuh alter hier kommt hier kommt hier mit mit gold rüstung schaff du kannst gerne raus kommt zu mir komm rein wirklich jetzt nur hier rein komm hier rein wieso wirst du gleich sehen wieso so das nennt sich safe haben zwar jetzt hier langweiliges bild aber es ist besser zu sterben alter wir müssen noch unseren und zuschauer ein bisschen verbieten ich weiß doch wo es zurückgeht du weißt das ja irgendwo ich will nicht verrecken weil ich meine mich wir waren so ungefähr bei 200 und die richtung die du machst geht in richtung plus wir waren mehr in richtung minus wir müssen den z-wert auch noch ein bisschen ausgleichen beziehungsweise ne y-wert es hat äh warte mal kurz wir müssen in die richtung hier zirka in die richtung warte mal warte mal warte mal warte mal warte da 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 ich bin der held ich bin der king ich ficke dein gesicht ähm ja verpiss ich mal lol do it wie die bauern ja so fertig ich habe nur gesehen da ich nur sechs wolle ab das ist natürlich optimal gewesen jetzt hat jeder noch im bett zum mitnehmen können wir den schoss wieder abbauen keine kuh schlagen so kommt mit jungs hier lang da kommt so ich glaube wir müssen jetzt hier rüber wo rüber komm hier hier wo ich bin andere seite du hohen noob seite ja genau in die richtung aber warte hier ist noch die schaffe gehen wir so auf den sack ne genau in die richtung weißt du wie wir laufen gerade auf dem geraden sagt wieder über den fluss das ist aber schlecht das ist nicht schlecht das ist richtig tja so so die ganze mal anschoben schock mal die kür wieder an erden nicht ich tue sagt man ja bevor wir okay ist hier er hat ganz so machen doch muss irgendwas hin vor das so rüber mit ihr wir sind total falsch hier ich bin ich bin auch nie an dem wald vorbeigelaufen mein freund das ist nicht richtig das ist total falsch wir machen dazu du bleibst bei den grünen und ich such da zuhause weil ich so schon ja dann mache ich mir in der beiden sind jetzt eine chance ein bisschen weiter kann es mir weiter gucken und sie endlich dann das spack da drum das spiel aber richtig was nicht schlimm ich finde das auch so naja bei dich nur ich will nicht in der nacht laufen kommt hier hier ist ein führer so so alles klar und mach randale er hört man hört ihn gar nicht hat man hört ihn gar nicht ich hoffe dass er auch nie so die beiden kühe sind jetzt in einem erdloch was ich gerade gebuddelt habe da sind sie auf jeden fall safe die koordinaten sind hier minus minus 184 also die richtung ist aber nicht das kann ich hier versichern minus 1 1 7 so die sind das safe drin in dem loch das heißt wir können zu zweit schnell suchen als anwalt was ich hab doch gesagt guck mal da ist ein dschungel das heißt wir hier sind wir schon mal eigentlich richtig gut ach ich liebe das wenn man die orientierung im minecraft verliert er hat es ganz ganz schlechtes tennis dann müsste eigentlich immer so gut wie verloren ja das ist ja auch die verpflichten ich könnte man hier die koordinaten austauschen können wirst du musst jetzt einer vom vorwürfen mich richten da ist hier sind auch nicht wo ist das zuhause alter ach kein screenshot ich gehe mal meinen vom motoren nach ach hier ist auch nix ey nein fuck naja fuck ist die perfekte bezeichnung Alter wo ist das scheiß haus das ist nicht scheißweiß da ist eine riesenstadt und soweit haben wir jetzt noch gar nicht davon entfernt so ja ich bin schon einiges gelaufen da sind hühner brauche ich jetzt aber nicht die ganze gegend wo ich hier laufe sagt mir schon gar nix ich will zurück nach hause ich will zurück ich will zurück zu ich habe schweine gefunden ey jetzt bin ich wieder am anfangspunkt boah alter wir kreppieren hier gleich noch wegen v man ja ja kommen wir mal da lang so kurz einfach alles ab leg mich am arsch warum finden wir unser scheiß zu hause ne mehr ich hätte wir uns auch die koordinaten nicht gemerkt haben ne wo das zuhause ist ich habe es 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 und so ähm hast du den chat offen ja schreib mal in den chat minus 161 und plus 65 also minus schreib dann in den chat und drück enter minus 161 und 65 so bist du eigentlich exakt bei der stadt aber von daraus kannst du die sehen und du warst doch richtig aber du bist an einer anderen stelle wahrscheinlich rüber geschwommen weil wir hätten einfach nur zwei meter weiter rüber laufen müssen wo ich das haus gebaut habe da sind wir nämlich da ist es so dann befreie ich mal die kühe aus ihrer gefangenschaft tötet die schafe weil die gehen mir auf den sack so so kann ich mir gleich erstmal nochmal einen eisenschwert craften so was fressen sehr schön äh äh 184 da lol das eine schaf ist drauf gegangen ja und ja jetzt haben wir nur ein schaf ja wir haben ja genug in der nähe von auch jaa ach nicht von den schafen von den kühen zwei kühe herbert ist tot nein herbert ist nicht tot dann ist das der andere nein kevin ist bei mir nein nein das kann nicht sein herbert ist kann nicht sterben die kuh ist dumm das ist kevin ja siehst du also ist herbert doch noch am leben nein die die ich jetzt grad hab die ist dumm das heißt das ist kevin nein doch doch find dich damit ab herbert ist tot du musst einen neuen herbert suchen herbert ist gar nicht so halt die fresse jetzt such einen neuen herbert herbert ist nicht so ich weiß ja eher in der richtung herbert ist nicht so mein guck jetzt wollt ihr da rum ey mama herbert ich kann nicht schauspielern ich bin schon blöd zum kacken herbert ist nicht so boh alter halt die schnauze herbert du gehst mir grad zu der so auf den sack ne herbert ist nicht so leute wie gesagt messer mitnehmen und einfach zu stechen einfach zu stechen der richter wird euch recht geben das ist herr lockers hat verbreid so mehr aber Fremd von der Alta Lauer und der bei es geht nicht in die Höhle ich sag doch das ist das ist Kevin das ist Kevin in der Höhle ja da kann ich runterfallen ne ja also kann ich springen das ist Herb Boah können wir nicht einfach Spornex nehmen und die Scheiße craften nein da fang endlich an mir zu helfen du nutzer und heul nicht rum du fetter Sau alter ja mehr das wäre so offensack das wäre so offensack du wart schon am Haus es ist dunkel ne ich wart schon am Haus ich Mama hätt sich auch um die Kühe kümmern können Alter ihr scheißstoffe ihr würdet jetzt alle drauf gehen ihr müsst boah ich noch ein Wichser alter ihr könnt mich so an Sackleckern ihr Spaß die Kinder du bleibst du ich wart am Eingang boah halt die Boah Rage Modus on ey Alter Freunde ich kann das nicht ertragen ihr seht schon wie ich ausraste wegen den scheiß Schafen hier Alter mehr Tiere desto immer wird dann einer so bist du noch da alter Vater ja ich bin noch da aber ich hab dich grad mal widdert für heute Zeit gemutet ich mich grad so am abkotzen bin ne ne scheiß Schaf halt die Frosse jetzt boah da findest du zwei Rinder ne da hast du da so ein Fotostück scheiße wie das denn was dann einfach nur entweder rum heult schauspielerisch und nicht einfach schauspielern kann aber Herbert ist nicht so wie seht doch mal wie da oben hängt anstatt da irgendwie mal zu Hilfe zu kommen weil ist ja nur Nacht könnte ja sein dass hinter mir ein Creeper ist und explodiert so könnte man ja nicht irgendwie so einen Geleitschutz geben Quatsch ne man heult lieber rum in Sicherheit wägen haha ich wege dich grad auch in Sicherheit auf der Sicherheitswaage die Sicherheits... Sicherheitswaage nennt sie Strick Sarko beweg deinen fetten Hintern da hoch jetzt mein Gott das ist Herbert Kevin so hat jetzt einen Doppelname Herbert Kevin das ist geil okay das ist okay oder Kevin Herbert ist mir scheißegal das Ding heißt jetzt mal mit du aufversuch krein ey boah Kuh tu mir die scheiße doch nie an ey ich hab schon in meiner Klasse genug dummheit jetzt brauchst du mir auch noch mit dummheit voll kacken ey boah alter die kacku sie hat dich mit dummheit vollgekackt scheiße sie hat dich mit dummheit vollgekackt ja ob das kack ist oder wichser ist mir scheißegal ey auf jeden fall du darfst in meine Fressereine bisher Alkohol war nicht zum Genuss hat war einfach nur um die Woche geträgt und ertragbarer zu machen halte die Tür auf Warte komm ich stehe hier mitten so komm Co komm hier hoch du scheiß Ding bleib da stehen ich schieb dich rein komm rein so und jetzt runter geh runter ne warte nicht runter nicht runter jetzt runter jetzt runter so erste Höhle geschafft wir haben eine Kuh von zwei sehr gut boah da muss ich muss noch morgen wieder los alter Schöne wir haben eine Kuh ey komm ey wir kriegen die hier nicht durch warte ich muss die Tür weg machen vorher kriegst du die hier nicht durch warte warte nicht in mein du Fotzen Gesicht ich sag doch du gehst mir hier nicht durch so komm hier Schnucki da der Stall ist zu klein seid ihr schon durch? nein die fette Kuh wollte in den Garten wo seid ihr denn anders? jetzt sind wir durch hier lang Schnucki Alter check doch dass ich dafür will du läufst die Wand runter du fettes Stück Scheiß Patsch wie wir mich mobben wer hat jetzt kaputt gegangen wenn ey halt und der Wixer lacht sich nur ein kaputt ey komm kannst du sagen du ich glitsche nein okay Mama ich find das lustig aber wie? boah scheiße ey statt zu helfen dann der Wixer hier durchkommt äh komm hier du Nutter komm Schaf geh dahin da hier ist Führer hier ich hab Weizen ich geb dir fressen geh doch geh doch gib mir die Tore einfach bleib da stehen ja boah alter ich muss pennen ey leck mich am Sack ey jetzt würde ich sagen dann erstmal für die Aufnahme Session würde ich sagen vielen Dank fürs zugucken und schalt auch mich wieder ein wenn es heißt Let's Play Hardcore Season und Patrick hat so muss ich jetzt erstmal beruhigen weil der hat sich weil der ist erstmal fertig Leute warte mal kurz hast du wir haben schwere Verlust Digga ich bin doch noch einmal abgekackt die Kuh ist drauf gegangen alter Vater ey der Hardcore Modus der schafft mich ich schreib jetzt nur mal die Koordinaten vom Haus auf ach Vater exakten Wert hier F3 sind bei Minus 258 und 161 safe So Freunde das war's ich hoffe die nächste Folge wird genauso spaßig und spannend und wir überleben die Kacke und die Fuzzer cried Vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns mal nächstes Mal Tschüss